Okay, Roman, du bist ja ganz aus der Puste, stellst du das Ding mal zurück. Jawoll! Kann man echt greifen, wie ein Waller. Ziemlich, ja. Weiß ich auch nicht zu. Bye, bye. Aber mit dem Wohler greifen, wir müssen mal aufpassen, Carsten, weil wir dürfen uns nicht verletzen, weißt du, bis man in die Truppen kommt. Das darf man ja nicht vergessen. Es ist zu gefährlich hier. Verletzungen sind verboten. Mal gucken.